Also wir wollen jetzt nochmal speziell auf Menschenhandel in die sexuelle Ausbeutung in Deutschland schauen, auf aktuelle Tendenzen und den politischen Handlungsbedarf aus ihrer Sicht. Und ich würde gerne damit beginnen, also zum Thema verlässliche Zahlen zum Menschenhandel sind ein schwieriges Thema. Es gibt ein großes Dunkelfeld, aber wenn man sich die vorhandenen Zahlen anschaut, zum Beispiel im Bundeslagebild Menschenhandel oder auch auf Seiten der EU, fällt schon auf, dass ein relativ hoher Anteil der betroffenen EU-Bürgerinnen sind und innerhalb der EU viele aus Rumänien und Bulgarien kommen. Können Sie diese Tendenz aus der Arbeit der Beratungsstellen bestätigen? Genau, also der KOK hat dreimal jährlich Mitgliedsorganisationen Treffen und aus diesen Treffen, wo es einen regen Austausch immer gibt, können wir die Tendenz bestätigen. In den letzten Jahren, sprich vielleicht circa fünf Jahren, sind die meisten Frauen, die aus europäischen Ländern kommen, aus Rumänien und Bulgarien. Ich muss aber auch erwähnen, es gibt auch eine Gruppe von deutschen Frauen, die von Menschenhandel betroffen sind, die in den letzten Jahren bei den Beratungsstellen beraten und begleitet werden. Und die dritte Gruppe der Frauen sind aus afrikanischen Ländern und da die meisten Frauen kommen aus Nigeria. Es kommen auch aus anderen afrikanischen Ländern, aber die größte Gruppe kommt aus Nigeria. Wie sehen Sie denn aus Ihrer Sicht besonders die Situation von Betroffenen aus Drittstaaten, also aus Nicht-EU-Staaten in Deutschland? Wir finden, dass die Situation der Betroffenen aus Drittstaaten sehr schwierig ist. Für Betroffene von Menschenhandel, die nicht aus EU-Ländern kommen, gibt es die Aufenthaltsproblematik. Das bedeutet, sie können in Deutschland bleiben, nur wenn sie mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Dann bekommen sie ein Aufenthaltserlaubnis nach § 25a bis Ende des Verfahrens. Dieser Aufenthaltstitel ist immer für sechs Monate erteilt. Das bedeutet für die Frauen in der Realität eine Schwierigkeit zum Beispiel bei der Findung einer Wohnung, bei der Findung einer Arbeitsstelle. Sie haben mit diesem Aufenthaltstitel eine Arbeitserlaubnis auch, aber aufgrund der kurzen Dauer des Aufenthaltserlaubnisses haben sie eigentlich keinen Zugang zum Wohnungsmarkt und zum Arbeitsmarkt. Was die Betroffenen von Menschenhandel aus Drittstaaten noch für Problematik haben, ist, sie bekommen zurzeit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dadurch haben sie nur Zugang zu medizinischen Notversorgungen. Das beinhaltet keine Therapienkosten. Was bei Betroffenen von Menschenhandeln manchmal nötig ist. Nicht alle Frauen sind traumatisiert, aber es gibt Frauen, die aufgrund des Erlebens auch eine Therapie benötigen würden. Und ein anderer Punkt, der im Zusammenhang mit den Drittstaaten schwierig ist, ist, sie haben keinen Zugang zur Zeit zu Integrations- oder Deutschkursen oder Bildungskursen. Und das ist die Situation bis Ende des Strafverfahrens. Sobald das Strafverfahren zum Ende kommt, gibt es keine automatische Verlängerung des Aufenthaltserlaubnisses. Und das bedeutet für die Frauen eine sehr große Angst. Einerseits während dieser ganzen Zeit, wo sie in Deutschland sind und mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, Angst, dass sie am Ende abgeschoben werden und dann in ihren Heimatländern von den Leuten, gegen die sie ausgesagt haben, Schwierigkeiten bekommen können. Das ist einfach eine psychische Unstabilität in dieser ganzen Zeit bis Ende des Verfahrens. Und am Ende des Verfahrens ist einfach eine mögliche Abschiebung im Raum. Die Zielgruppe der Betroffenen von Menschenhandel, die einen Aufenthaltstitel nach 25 A oder 25 B haben, sollen, also so jetzt der aktuelle Stand, soll aus dem Asylbewerberleistungsgesetz herausgenommen werden. Das ist eine langjährige Forderung des KOKs, die wir sehr begrüßen, über die wir uns auch sehr freuen, weil eben eine große Problematik für die Betroffenen des Menschenhandels immer der Zugang zu der gesundheitlichen Versorgung, zu Therapien und so weiter war. Noch nicht klar ist oder im Grunde genommen nichts geändert hat sich für diejenigen, die sich noch in der sogenannten Bedenk- und Stabilisierungsfrist befinden, die also noch nicht wissen, ob sie mit den Strafverfolgungsbehörden kooperieren möchten oder nicht, ob sie eine Aussage möchten oder nicht. Das ist eben auch eine ganz besondere sensible Gruppe. Die würden noch unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen. Wenn man sich das Bundeslagebild Menschenhandel anschaut, ist darin zu sehen, dass die Hälfte der Opfer unter 21 Jahre ist. Deckt sich diese Zahl auch mit Ihren Erfahrungen? Also was das Alter von Betroffenen von Menschenhandeln in die sexuelle Ausbeutung angeht? Dadurch, dass wir keine einheitliche Zahl im KOK haben, können wir jetzt nicht sagen, sind es prozentuell jetzt 50 Prozent. Aber es ist bei den Fachberatungsstellen in den letzten Jahren sehr auffällig, dass die Frauen, die von Menschenhandeln betroffen sind, jung sind. Also einerseits schon wahrscheinlich unter 21 oder bis 25 maximal. Das ist eine Gruppe. Ich frage mich selbst als Beraterin. Manchmal wissen die Frauen, gleich nachdem sie 18 wären, dass sie in Deutschland in der Prostitution arbeiten wollen, weil sie sehr schnell dann nach Deutschland oder nach Europa gebracht werden. Also das können wir bestätigen aus unserer Beratungstätigkeit. Was wir noch für eine Zielgruppe haben, das sind die minderjährigen Betroffenen vom Menschenhandel. Also wir haben in unseren Beratungsstellen sogar Frauen oder junge Frauen, die unter 18 sind, die zur Prostitution gezwungen werden. Diese Zielgruppe muss man auch nicht vergessen. Welche Möglichkeiten der Prävention sehen Sie denn unter den Aspekten Gender, Herkunft beziehungsweise Staatsangehörigkeit und Lebensalter, wenn man das jetzt nochmal in der Zusammenschau betrachtet? Ja, das ist eine sehr große Frage und da könnte man bestimmt sehr lange drüber diskutieren tatsächlich. Ich denke, man muss unterscheiden einerseits zwischen dem Thema Prävention in den Herkunftsländern und dem Thema Prävention hier in Deutschland als Zielland, aber auch natürlich auch für möglicherweise deutsche Betroffene von Menschenhandel. Unserer Meinung nach ist es wichtig, bei Präventionsmaßnahmen in den Herkunftsländern, dass sie dort auch im Wesentlichen von den dortigen Akteuren ausgeführt und durchgeführt werden. Gerne natürlich auch, wie es auch geschieht in Kooperationen mit beispielsweise Fachberatungsstellen für betroffenes Menschenhandel aus Deutschland. Da gibt es konkrete Kooperationsprojekte, die gemeinsam in verschiedenen Herkunftsländern stattfinden. In Deutschland finden wir es wichtig, dass eine genaue und gute Information über die Rechte in Deutschland erfolgt, dass über die Struktur und über die Unterstützungsstruktur insgesamt Informationen breit informiert wird, auch breiter als wie es jetzt unserer Meinung nach geschieht im Grunde genommen. Wesentlich ist es eben, dass diese Unterstützungssystem, wie wir es jetzt auch in Deutschland haben, dass es einen niedrigschwelligen Ansatz gibt, der anonym ist, der ganz viel auf Vertrauen basiert, dass der fortgeführt wird und so auch weiterhin existiert. Weil dieses Unterstützungssystem macht ganz konkrete Präventionsarbeit, indem beispielsweise in verschiedene Betriebsstätten gegangen wird, in auch Prostitutionsstätten zugehende Arbeit stattfindet, aber auch Beratungsstellen, die eine sogenannte COM Funktion haben, wo die Betroffenen hingehen können. Das ist auch ein ganz wesentlicher Teil. Wenn man sich das anschaut, nach dem Lebensalter ist natürlich oder ist auch ein Thema Präventionsarbeit für Jugendliche durchzuführen. Da findet auch einige statt von den spezialisierten Fachberatungsstellen im Rahmen von Schulen oder man kann andenken, da eben stärkere Kampagnen in den sozialen Netzwerken zu machen, um da eben diejenigen besser anzusprechen. Aber da gibt es ganz viele Ideen, da müsste man noch ganz viel tun. Eine Überlegung ist auch zum Beispiel, wenn man sich das branchenspezifisch nochmal anschaut, spielen Vermittlungsagenturen auch eine große Rolle, auch im Bereich Menschenhandels und Zweck der Arbeitsausbeutung, beispielsweise im Bereich der Pflege oder des Au-pairs. Unserer Meinung nach ist es da wichtig, nochmal über das Thema staatliche Zertifizierung nachzudenken. Aber auch wenn diese Vermittlungen stattfinden, dass die verbunden werden mit einem Informationspaket eben über die Situation in Deutschland. Und für uns ist eben auch da tatsächlich der Fokus auch einen frauenspezifischen Ansatz zu wählen und da auch nochmal zu schauen, wo da bestimmte Bedarfe sind. Eine Idee oder Möglichkeit wäre, da auch nochmal ein stärker internetbasiertes Webportal zu errichten, wo eben allgemein über alle Rechte und Strukturen informiert wird. Es gibt natürlich immer einzelne Webseiten über die Projekte und Beratungsstellen auch eine sehr informative Webseite des KOKs. Aber das, was uns vorschwebt, wäre dann noch einmal ein viel breiteres Portal mit verschiedenen Sprachen, wo alle sofort schnell eben an diese Informationen kommen. In Deutschland ist es ja so, das haben Sie vorhin auch schon gesagt, dass die Strafverfolgung noch stärker im Fokus steht als der Opferschutz. Und das wirkt sich auch auf den Zugang von Betroffenen zu Lohn und Entschädigung aus. Welche Schritte wären hier nötig, um die Rechte der Betroffenen zu stärken? Hier wäre es unserer Meinung nach notwendig, also verschiedene Maßnahmen wären hier notwendig und sinnvoll. Ein Problem ist das Thema der staatlichen Opferentschädigung, das Opferentschädigungsgesetz ganz konkret. Das soll jetzt im nächsten Jahr reformiert werden. Das ist so in dem Koalitionsvertrag aufgenommen worden. Und das unterstützen wir auch sehr stark. Da ist eine Reformierung dringend notwendig. Beispielsweise psychische Schäden werden bisher nicht erstattet über das Opferentschädigungsgesetz. Jetzt auch den Kausalzusammenhang jeweilig nachzuweisen, ist oftmals sehr schwierig. Die Verfahren dauern sehr lange, teilweise bis zu zwei Jahren. Und es gibt noch verschiedene, tatsächlich auch rechtliche Problematiken innerhalb des Gesetzes. Aber auch wenn Ansprüche geltend gemacht worden sind gegenüber den Tätern und Täterinnen, ist es oftmals, ist die Erfahrung oftmals so, dass diese eben sagen oder ausdrücken, dass sie eben keine Gelder haben. Sie können letztlich gar nichts leisten, obwohl schon Strafverfahren stattgefunden haben oder auch zivilrechtliche Verfahren. Und unsere Überlegungen sind da, ein Härtefallfonds einzurichten, zu implementieren über ein Bundesministerium. Beispielsweise könnte die Überlegung sein, das BMJV da anzusprechen oder also was anzudenken. Nicht, dass die Ansprüche natürlich gegenüber den Tätern und Täterinnen verloren gehen, aber dass Betroffene, die als solche ganz klar eben, wo die Opfereigenschaft sozusagen im Rahmen jetzt beispielsweise von Verfahren und so weiter schon festgestellt worden ist, aber die einfach keine Möglichkeit haben, an die Entschädigung heranzukommen, hier in diesen Härtefällen wirklich auch eine Entschädigung erfolgt. Weil im Grunde genommen dieses ganze Thema Menschenhandel rangt sich ja auch darum, dass die Menschen das auch getan haben, um auch Geld zu bekommen für diese Tätigkeit. Und noch nicht mal das ist ihnen eben gewährt worden und auch die Entschädigung wurde oftmals nicht geleistet. Ein weiteres großes Problem ist tatsächlich auch der Zugang zu Recht, zu Rechtsberatung. Es gibt zwar die Möglichkeit der Prozesskostenhilfe, es gibt die Möglichkeit der Nebenklageverfahren, aber aus der Praxis bezogen gibt es da eben viele Probleme. Prozesskostenhilfe ist für viele Betroffene des Menschenhandels oftmals gar nicht so leicht, quasi aufgrund der formellen Voraussetzungen zu beantragen. Sie haben eben nicht quasi Gehaltsnachweise in dem Sinne, wie man das jetzt sich so vorstellt und können die wirtschaftliche Situation oftmals nicht so nachweisen. Aber auch die Nebenklageverfahren, es ist an sich natürlich möglich, aber beispielsweise habe ich letzte Woche mit einer Kollegin darüber diskutiert, im Bereich Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung. Es ist nebenklagefähiges Delikt, aber wenn man noch nicht weiß, ob dieses Strafverfahren dann eingeleitet wird und man auch als Nebenklagevertreter oder Vertreterin zugelassen wird, ist es natürlich für die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwältinnen und damit auch für die Betroffenen immer irgendwo mit einem Kostenrisiko verbunden. Und hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden, auch nochmal, dass man wirklich schaut, wie können wir auch den Zugang zu Rechtsberatung verbessern. Okay, wenn wir jetzt das nochmal zusammenfassen, wo sehen Sie denn den dringendsten politischen Handlungsbedarf, wenn es um Menschenhandel in die sexuelle Ausbeutung in Deutschland geht? Es ist natürlich schwierig, immer für einen Gesamtverband den dringendsten Handlungsbedarf auszuführen. Ein wesentlicher Punkt ist tatsächlich für uns, die Struktur der Fachberatungsstellen sicher auf die Beine zu stellen, dass diese wirklich eine verlässliche Finanzierung haben, eine Regelfinanzierung. Das Problem ist einfach, dass zurzeit, wir haben Fachberatungsstellen für Betroffene von Menschenhandel in Deutschland auch viele, aber diese sind zum Teil beispielsweise so besetzt, dass in einem Bundesland nur eine Beratungsstelle existiert und dort auch nur eine Kollegin arbeitet und die für das gesamte Bundesland zuständig ist. Wir haben in Thüringen keine Fachberatungsstelle für Betroffene des Menschenhandels und wir brauchen diese Beratungsstruktur, um auch die Betroffenen zu unterstützen. Ein anderer Punkt auch für den Bereich Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, was leider oft unserer Meinung nach vergessen wird, ist eben auch das Thema Entschädigung, Zugang zur Entschädigung, Zugang zum entgangenen Lohn. Das spielt auch hier eine wesentliche Rolle und müsste auch einen größeren Fokus haben. Sie sagen auf Ihrer Website, dass Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und zur Arbeitsausbeutung nicht mehr so scharf voneinander getrennt werden. Die Praxis zeige, dass es Gemeinsamkeiten gäbe und die Übergänge fließend sind. Wo liegen die Gemeinsamkeiten? Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung kann man zum Beispiel auch innerhalb des Prostitutionsmilieus nicht voneinander trennen. Wir haben da sogar beide Ausbeutungsformen oder Übergänge, die jetzt nicht klar trennbar sind. Aber auch wenn wir jetzt Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung außerhalb der Prostitutionsbranche nehmen, dann sehen wir Ähnlichkeiten. Das bedeutet zum Beispiel in den Methoden, die die Leute angeworben werden. Es werden ähnliche Methoden bei der Anwerbung angewendet. Es werden falsche Versprechungen gemacht, Bedingungen, die man den Leuten vorher macht, sind ganz andere Bedingungen, als sie dann hier in der Realität in Deutschland wiederfinden. Wir sprechen zwar von zwei unterschiedlichen Rechtsgütern, die verletzt werden. Einerseits die sexuelle Identität, andererseits die Arbeitskraft. Aber die Täuschungsmethoden und die Ausbeutungsmethoden können ähnlich ausgeführt werden. Deswegen sind die zwei Paragraphen auch, den Paragraph 232 oder 233 ähnlich angesiedelt. Wir, zum Beispiel auch hier dann in der Situation, wenn die Betroffenen von Menschenhandel sich in Deutschland befinden, werden sie in eine Zwangslage gebracht und dann auch mit ähnlichen Faktoren unter Druck gehalten. Sprich, sie werden bedroht. Sie werden hier bedroht mit Illegalität oder mit ihren Familienangehörigen. Ihr Lohn wird entnommen. Die Unterbringung hängt oft zusammen mit der Ausbeutungssituation. Also entweder mit dem Arbeitsplatz in der Branche oder mit dem Arbeitsplatz zum Beispiel in einem Wohnungsbordell. Also die Bedingungen sind dann sehr ähnlich. Deswegen sind wir der Meinung, dass die zwei Bereiche nicht voneinander getrennt werden sollen, weil die Strukturen der Anwerbung der Ausbeutungsform hier von den Menschenhandelern sehr ähnlich sind. Welche Unterstützungsstrukturen aus dem Bereich der sexuellen Ausbeutung könnten auf den Bereich der Arbeitsausbeutung übertragen werden? Weil das ist ja ein Thema, was auch noch nicht so stark im Fokus der Öffentlichkeit steht, wenn es um Menschenhandel geht. Also man denkt leicht an eben sexuelle Ausbeutung, aber nicht so sehr an Arbeitsausbeutung. Welche Möglichkeiten der Unterstützung ließen sich übertragen? Das ist leider in der Öffentlichkeit noch nicht so wahrgenommen und auch viele der Fachberatungsstellen, die im KOK vertreten sind, machen Beratung und Betreuung nicht nur von Betroffenen von sexueller Ausbeutung, sondern auch von Betroffenen von Arbeitsausbeutung. Und was das Hilfesystem angeht, sind das eigentlich die ähnlichen Bedarfe, die zu decken sind, sprich Informationsvergabe über die Rechte der Betroffenen vom Menschenhandel, Unterbringung, Alimentierung, Nebenklagevertretung, in manchen Fällen Rückkreise nach Hause. Das sind eigentlich Bedarfe, die Betroffene vom Menschenhandel haben, unabhängig jetzt davon, ob sie in der Prostitution ausgebeutet worden sind oder ob sie in anderen Branchen ausgebeutet werden. Sicherlich ein Unterschied, den wir haben, ist in der Prostitution sind es in der Regel Frauen, die ausgebeutet werden. In anderen Branchen sind das sowohl Frauen als auch Männer und das hat zum Beispiel eine Auswirkung, nehmen wir mal die Unterbringungssituation. Also Frauen können entweder in Frauenhäuser untergebracht werden oder es gibt spezielle Schutzwohnungen für Frauen, die von Menschenhandel betroffen sind. Diese Problematik haben die Fachberatungsstellen, die dann mit Männern auch zusammenarbeiten. Es gibt nämlich gar keine Unterkünfte für Männer in Notsituationen, jetzt nicht nur Männer, die von Menschenhandeln betroffen sind. Also die einzigen Möglichkeiten, die es dann gibt, sind Obdachlosenheime oder Übergangsheime, aber da sind keine angemessenen Unterbringungen für Betroffene von Menschenhandeln. Deswegen, die Strukturen sind eigentlich ähnlich. Ein Unterschied, den es gibt zwischen den zwei Bereichen, ist im Bereich der sexuellen Ausbeutung, sind die Abläufe schon institutionalisiert im Vergleich zum Bereich der Arbeitsausbeutung. Es gibt in den meisten Bundesländern zwischen Polizei und Fachberatungsstellen für Menschenhandel, Kooperationsverträge zum Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung, die regeln dann die Rollen, die Akteure, die eingebunden sind, die Abläufe, sprich ist Sozialamt zuständig, ist Jobcenter zuständig, welche Fachberatungsstellen gibt es vor Ort, wer wird zu welcher Zeit in den Prozess mit reingenommen. Das gibt es zur sexuellen Ausbeutung und diese Abläufe sind im Bereich der Arbeitsausbeutung noch nicht institutionalisiert und das erschwert einfach die Umsetzung auch und die Implementierung der Rechte von Betroffenen. Also wir finden einfach, die Strukturen, die vorhanden sind, sollen einfach genutzt werden und vielleicht angepasst werden zu den Bedürfnissen für die Betroffenen von Arbeitsausbeutung, aber wir brauchen hier keine neuen Strukturen. Im Bereich Arbeitsausbeutung sind unserer Meinung nach andere Akteuren, mit denen man sich vernetzen muss, zum Beispiel auch Beratungsstellen der Gewerkschaften. Gerade beim Menschenhandel in die Arbeitsausbeutung treten auch Männer stärker als Opfer von Menschenhandel in den Fokus. Der KOK hat sich gegründet als Initiative gegen Frauenhandel und auch gegen Gewalt an Frauen. Mit dieser Veränderung, dass eben jetzt auch stärker Männer als Opfer von Menschenhandel in den Fokus treten, Sie haben es auch gerade erwähnt, wie verändert das die Arbeit des KOK und die praktische Arbeit in den Beratungsstellen in den Mitgliedsorganisationen? Ja, ich freue mich sehr über die Frage, weil uns das tatsächlich auch sehr viel bewegt hat. Es ist so, dass für den KOK weiterhin tatsächlich der frauenspezifische Aspekt eine große Rolle spielt und auch immer spielen wird. Das ist die Geschichte, das ist die Tradition des KOK. Und da werden wir auch weiterhin sehr genau drauf schauen und auch gendersensibel drauf schauen, auf die verschiedenen Zielgruppen und so weiter. Und das ist auch das Besondere, was der KOK mitbringt im Grunde genommen. Was in dieser ganzen Diskussion oder Problematik, was wir immer wieder festgestellt haben, ist, was auch meine Kollegin schon ausgeführt hat, dass natürlich auch Männer jetzt eine Rolle spielen, aber dass oftmals eben im Rahmen dieser Diskussion vergessen worden ist oder vergessen wird, dass Frauen eben auch von Arbeitsausbeutung betroffen sein können in den verschiedenen Branchen, die da einfach in Frage kommen, wie im Pflegebereich oder Gaststättenbereich und so weiter. Das ist leider so, dass es dann eben oft sehr stereotypisch angegangen worden ist und wir uns da entschlossen haben, eben stärker auch dahingehend zu arbeiten, um den Fokus da auch nochmal stärker drauf zu richten, dass es eben verschiedene Zielgruppen gibt, aber man eben auch nicht vergessen sollte, dass eben innerhalb der verschiedenen Zielgruppen auch alle Ausbeutungsformen möglich sind. Und das hat uns eben auch dazu geführt, in der Tat, dass wir unseren Namen geändert haben. Wir heißen jetzt eben Koordinierungskreis gegen Menschenhandel und haben eben diese Namensänderung bewusst weiterentwickelt von dem Wort Frauenhandel. Das war damals eine bewusste Entscheidung von den Organisationen, den Begriff Frauenhandel zu wählen, um eben da den besonderen Fokus auf die Frauen zu richten und auch um sich abzugrenzen von dem strafrechtlichen Tatbestand, um einfach nochmal die größere, besondere Problematik aufzuweisen. Da wir aber eben festgestellt haben, dass dies sehr einseitig inzwischen aufgenommen worden ist in der breiten Öffentlichkeit, haben wir gesagt, nein, wir brauchen einen neuen Begriff. Beispielsweise aber auch, weil wir uns mit dem Thema Minderjährige von Betroffenen von Menschenhandel auch stark beschäftigen. Ganz praktisch gesehen ist es so, dass die Beratungsstellen da ganz unterschiedliche Angebote machen, wie meine Kollegin eben schon ausgeführt hat. Ist das Thema Arbeitsausbeutung immer schon ein Thema des KOK und seiner Organisation gewesen, bereits vor dem Jahr 2005 auch. Da ist es erst, in dem Strafgesetzbuch hat es erst Einklang gefunden, sozusagen ist es umgesetzt worden. Aber für den KOK und seine Organisation war es seit der Gründung des KOK, angelehnt an das sogenannte Palermo-Protokoll, haben wir immer unterschieden zwischen der sexuellen Ausbeutung, der Arbeitsausbeutung oder auch dem Heiratshandel. Die Entwicklung jetzt da eben mehr auch zu schauen, was für die Männer getan werden kann, haben sich die Beratungsstellen ganz unterschiedlich aufgestellt. Einige haben gesagt, wir bleiben bei dem Fokus, bei der Zielgruppe der Frauen. Andere haben gesagt, solange wir hier in unserem Bundesland, in unserer Region kein anderes Unterstützungssystem haben, werden wir da auch Beratungsangebote anbieten. Andere haben sich eben erweitert und haben eben gesagt, wir bieten auch ganz konkret Beratungsangebote für Männer an und haben da eben ihre Konzepte geändert. Wichtig ist es da eben, mit den gewerkschaftlichen Beratungsstellen in enger Kooperation zu treten und wie meine Kollegin eben auch schon gesagt hat, insgesamt aber zu schauen, welcher strukturellen Änderung Bedarf ist überhaupt in Deutschland. Wie ich am Anfang unseres Gesprächs ausgeführt habe, wird es jetzt noch strafrechtlich, werden neue Ausbeutungsformen aufgenommen werden, die aber tatsächlich in der Praxis ja schon existieren. Es gibt schon beispielsweise die erzwungene Betteltätigkeit, das ist bislang noch nicht strafrechtlich verfolgbar gewesen. Es gibt eben diese verschiedenen Zielgruppen und wie wir aber leider feststellen, gibt es im Grunde genommen eben noch immer keine ganzheitliche Strategie, kein Maßnahmeplan, kein Aktionsplan, wie man damit umgeht. Und die existierenden runden Tische sowohl auf der Bundesebene als auch auf den Länderebenen beschäftigen sich zum Teil damit, aber eben auch nur zum Teil. Und insgesamt müssen wir da gemeinsam einfach nochmal überlegen, wie kann man voneinander lernen von dem Wissen, was eben schon existiert zu den verschiedenen Ausbeutungsformen. Wie können die Beratungskonzepte sich besser ineinander verzahnen? Wer kann welche Beratung branchenspezifisch oder bringt bestimmte branchenspezifische Kenntnisse mit? Und ja, wie kann man sich da besser kooperieren? Weil tatsächlich ich persönlich auch stark an die Idee der Kooperation auch glaube und denke, dass das auch sehr zielführend ist.